Meine kleinen Gruselmäuse, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Horror Tombola. Boah, das Gewitter war krank. Meine Fresse, jetzt sind ja auch noch Kugeln rausgefallen, hör mal. Ist die grad in die Tasse geflogen? Kannst du das mal abspielen, Kolja? Das ist ja insane. Das Format, in dem wir eine zufällige Zahl raussuchen und ein Spiel von der Liste zufällig spielen. Und wir sind bereit, das Ganze auszutesten. Es tut mir leid, oh nein! Wir haben über 600 Kommentare und ich sage euch, wie es ist, ihr liebt. Dieses Format. Es ist insane. Wir sind uns immer noch nicht so ganz sicher mit dem Namen. Ich glaube, das naheliegendste ist das Horror Bingo. Es gibt aber auch so tolle Vorschläge wie von Tial zum Beispiel. Bodenlose Bingo-Tortur, Tombola, der Angst, gottloses Glücksspiel. All so ne Scheiße. Da sind gute Vorschläge mit bei. Es ist unter diesem Video ein Kommentar verlinkt von mir ganz oben mit allen den Vorschlägen, die wir am besten finden. Kommentiert auf diesen Kommentar einfach euren Favoriten und das, was es wird, wird's. Freunde, falls ihr letzte Folge nicht gesehen habt, sie ist oben links verlinkt. Ihr findet sie auch noch mal hier in der Beschreibung. Das war ja die erste Pilot-Folge. Checkt sie auf jeden Fall noch mal aus. Aber heute sind wir zurück. Let's fucking go. Drückt auf diesen scheiß Abonnieren-Knopf oder ich packe eure gesamte Familie in diese Tombola. Oh, hört ihr die Schreie? Oh. Oh, hört ihr die Schreie? Ai, ai, ai. Also abonniert rein, ne? War keine Drohung. Lass uns beginnen mit dem ersten Spiel. Meine liebe Tombola-Fee, komm heran. Das kommt gleich auf. Mach halt's Maul. Was mach ich hier? Äh, du, du willst jetzt eine Zahl und dann spielen wir dazu das passende Horrorspiel. Du bist die Fev, die... So. Hier, einmal, einmal so rumdrehen. Ja, muss ich jetzt noch Hex, Hex oder so sagen? Wär cool. Hex, Hex. Welche Zahl, welche Zahl? Ist unscharf, ne? Ist die 9. Es ist die 9. Soll ich jetzt noch wegfliegen? Ja, kannst ja so. Gib mir die Kuh. Dein Scheiß jetzt mal selber. Du musst ja noch zweimal. So, die Nummer 9. Erstes Spiel. Wir hatten ja schon hier die 11, die 42, die 43, hatten wir die 50. Wir geben hier oben die Nummer 9 ein und dann sollte es uns eigentlich ein Spiel ausspucken. The Descent. Am 5. Januar erschien. Ausgeglichene Bewertung. Ey, aber es sieht gar nicht so scheiße aus. 7,79 Euro in den Warenkorb. Let's fucking go. Erstes Spiel. Ich hab Bock. Horror. Bingo. Frisch mit meinem Abschluss in Journalismus ausgestattet kehre ich in meine Heimatstadt zurück, verfolgt von den gruseligen Erzählungen rund um den Rockwell-Main. Mit Mina. Diese beunruhigenden Geschichten spüren seit Jahren herum und ihre Dunkelheit wirft Schatten auf die Gemeinschaft. Mit Hilfe der Fähigkeiten und des Wissens, die ich in meinem Studium erworben habe, bin ich nun bereit, die mysteriöse Ge- Oah. Die mysteriöse- Ich war nicht fertig. So schlecht sieht das gar nicht aus. Ich weiß nicht, warum ich immer davon ausgehe, dass plötzlich Sachen einfach schlecht sind die ganze Zeit, aber... Okay, geil. F für Taschenlampe. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Ich seh nichts. Mindsight, no trespassing. Ich geh aber einfach rein. Ist mir scheißegal. Ich brauch nen Schlüssel anscheinend. I need to find a key. I need to find a key. I need to find a key. Hier ist ein Auto. Ah. Schlüssel. Ah. Bolzensch... Oh. Ah. Oh. Nachtsichtgerät. Klasse. Yes. Knick, knack, knuck. Und rein. Ach du Scheiße. Na, sehr schön. Danke, Kevin, nochmal, ne? Für dein scheiß Spiel, du Wichs. Kevin kann nix dafür. Kevin ist nur ne wunderschöne kleine Fee. Also, ey, die Grafik und alles drum und dran sieht richtig gut aus. Geil. Wir haben einen richtig... Ah. Ah. Ich wollte nur ne Ton... Ich wollte nur die Ton... Ich wollte... Ich wollte nur die richtigen Tonleiter treffen. Uhuhu. Uhuhu. Hallo. Ich bin ein Zauberer. Pass mal auf. Oh. Oh. Das klappt nicht. Dann stecke ich's mir einfach in den Arsch. Oh. Oh Scheiße. Tada. Lass ein Abo da. Und wenn du schon hier bist, like doch. Es weg? Hä? Nachdem wir das erledigt haben, gehen wir jetzt hier einfach mal hoch, würde ich sagen. Ach, perfekt. Das sieht ja wunderschön aus hier drin. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Und das ist das erste Spiel. Wir müssen noch zwei. Wirklich. Ich scheiß mich ein. Alles gut. Also, irgendwas geht hier... Geht hier ab. Ich kann euch ums Verrecken noch nicht sagen, was genau. Oh, ich bin eingesperrt. So, und wer ist jetzt hier gerade weggelaufen? Oh, Digga. Das Spiel ist ja ekelhaft. Tja. Warum will ich denn da rein? Ganz entspannt. Und... What the fuck? Oh mein Gott! Alles chillig. Ey, nee. Das Ding ist... Ich dachte gerade daran, dass Toffifee im Angebot ist bei Brewe. Und das fand ich sehr cool, der Gedanke. Weil ich liebe Toffifee. Das tat richtig im Hals weh. Oh mein Gott. Jetzt soll ich hier Sicherung finden. Oh, what? Ey, ich bin ganz ehrlich. Ich kann jetzt schon nicht mehr. What the fuck, man? Nee, nee. Ey, wirklich jetzt nicht. Bleib weg. Ach, klasse. Schön im Dachstuhl, ihr Scheißer. Da ist sie. Da ist sie. Let's go. Okay. Ich geh einfach den Strom hier aktivieren. Einfach den Strom aktivieren. Easy, easy. Ey, ey, ey. Guck doch mal. Hat doch alles geklappt, hä? Und das ohne, dass mir irgendein Wicker in die Fresse... Hallo, Mama. Ja, kannst du mich abholen? Das wär schön. Äh, Peek-A-Boo. Ach, schön. Hier oben ist so ein... Radi... Ah! Okay. Ich brauch einen Schlüssel. Äh, 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 äh. Halla, hallalala. Oh Mann, ey. Ich hör hier nur Geräusche. Was ist denn das? Digger, erstes Spiel direkt der übelste Scheiß. Warum haben wir uns dieses Drecksformat überlegt? Okay, hier ist ein Radio. Geschirr. Das ist in Ordnung. Mich zu erschrecken, da braucht's schon... Da braucht's schon ein bisschen mehr als das. Ach, hallo. Ich seh dich. Ich konfrontier ihn jetzt einfach mal mit seinen Sünden. Ich sag ja, es braucht einiges mehr, um mich zu schocken. Nee, 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 nee. Jetzt hören wir aber auch mal auf. Was ist denn mit dir passiert, Kollege? Bist du eine Puppe? So. Ich höre ihn schon wieder atmen. Runter! Digger, nee, nee. Also durchspielen sollte schon noch drin sein. Nee, 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 Kolja. Es reicht auch irgendwann, ey. Ich bin ehrlich. Ich sag mal so, fürs erste Spiel ist ja gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt würde es bestimmt noch in den Keller gehen. Ach, Digger, scheiß drauf. Ey, aber ganz ehrlich, Ich sag euch, wie es ist. Für den Preis hat man einen Knüller, der dir auch knüppelhaft die Augäpfel platzen lässt. Ich hab mich jetzt nicht erschrocken. Aber ihr bestimmt. Daumen hoch. Die Neun war klasse, The Descent. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also so richtig viel. Wir reden nicht drüber. Kolja, zieh dich wieder an. Kakao, ich bin ein Vogel. So, die Nummer zwei. Hex, Hex. Er reich spaziert. Juhu. Hier, bitteschön. Noch ein. Du bist Sau. Ich dreh jetzt einfach hier. Ja, Hex, Hex. Ich mach hier gleich Hex, Hex. Was ist das hier? 55. Buh! Nein, nein, bitte. Hör auf. Die nächste Nummer ist die 55. Face your demons. Das sieht richtig schön scheiße aus. Oh my fucking God. Great for first time VR users. What? Das ist VR. Hier. Ich werd hier von meinem Team verarscht. Die 41. Emily wants to play. Das hört sich schon wieder richtig schön an. Ich freu mich so drauf. Oh nee, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ach, nö, Alter. Oh, nö. Oh, nee. Ich kenn das. Hat das nicht mal PewDiePie gezockt oder so? Ach, Digger. Es ist... Wirklich, ich hasse dieses Format jetzt schon. Meine Damen und Herren, wir gehen rein. Emily wants to play. Hihi. So. Sind wir jetzt drin? Ah! Emily, ich komm um dich, um dich zu holen, Emily. Oh, Emily. Die Pizza ist hier. Emily, was du das? Emily? Ich bin's, dein Pizza-Lieferant. Ich hab hier ne schöne Marguerita. Ach, guck mal hier, hallo. Junge, Emily hat mich angeguckt und hat mein Spiel zerstört. Na? Was machst du denn auf der Kaos? Die hat hier wirklich Chaos gemacht, ne? Das ist so ein richtiges OG-Spiel. Ich wette mit euch, da haben so die typischsten Ami-YouTuber zu Videos gemacht. Ich kenne dieses Spiel irgendwoher. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich bin hier, ich bin hier drin. Soll ich mir die Scheiße angucken? Emily? Let's play at midnight. Darauf hab ich schon mal gar keinen Bock. Alles jüt. Nee, hier will ich gar nicht rein. Guck mal, Emily ist hier langgegangen. Oh! Gehen wir in den Keller? Komm, wir gehen in den Keller. Gut. Ich glaub, wir gehen nicht unten zu Emily. Wir lassen's einfach. Achso, jetzt muss ich von vorne anfangen? For real? Ich weiß halt nicht. My friends help me, they love me. Don't move. Bleiben sie stehen. Okay. Wenn er kommt, soll ich stehen bleiben. Ist das ein Hinweis? Ah! Beethoven! Du kleiner S***er! Kolja! Mach mit mir Musik! Okay. Setz' ich wieder hin und schneid' weiter, verdammte Scheiße. Kann mir jemand erzählen, was jetzt meine Aufgabe ist? Kann ich raus? Sie sagte ja gerade, wir können... Und jetzt? Wenn ich hier stehen bleibe, kann mir nix passieren. Richtig? Emily, ich hab die Nummer von deinem Vater. Ich ruf' den an und dann kriegst du auf die Fresse. Sehr schön. Soll ich jetzt hier rumlaufen? Was soll ich machen? Emily, geh! Warum kletterst du denn da rauf? Emily, puf! Puff! Emily, puf! Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ja, ich seh' dich, blöde Sau. Puff! Hier ist legit auch nichts. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss! Ich such' ja schon auch alles ab. Ist ja nicht so, als würde ich jetzt nicht suchen. Aber es sagt mir auch einfach nichts. Überlebt die Mitternachtsstunde. Und jetzt? Das fanden wir früher geil, das Game? Weißt du, mein Team sitzt jetzt gerade zu Hause und sind so So ein geiles, legendäres Spiel. Okay, ich bewege mich nicht. Wo kommt er denn jetzt eigentlich plötzlich her? So, irgendwo ist eine Treppe. Sie ist hier irgendwo. Der Eingang ist versperrt. Beziehungsweise versteckt. Vielleicht in irgendeinem Closet. Digga, dieser dumme Sonne. Irgendwo muss hier ein beschissener... Oh. Ey, wirklich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Melina. Oh. Emily wants to play. Emily will spielen. Eek. 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 Scary. It's fine. This game sucks ass. Viele sind legit einfach nur da wegen Nostalgie, alter. Also, ich hab's jetzt ja auch nicht wirklich weit gespielt, aber für 5 Euro in Ordnung, I guess. Ich muss sagen, Emily und ihr dummer Clown-Kollege können mir gestorben bleiben. Die Sounds sind leider ein wenig laut, aber nicht viel. Gegebenenfalls ein paar Dezibel tonaten an jemand anderen. Ich bin mir sicher, die Story ist solide, aber bin ehrlich, sie ist mir scheißegal. Trotzdem kann ich das Spiel empfehlen. Für 5 Euro in Ordnung, ne? So, hoffen wir mal, er hat bessere Laune jetzt, ne? Unsere Fee. Äh, Kevin. Ich hab meinen Arbeitsvertrag einmal nicht richtig gelesen und jetzt muss ich diese Scheiße für dich machen. Du hättest mich auch nicht fragen müssen. Ich mach, wie ich will, wie ich denke. Ist auch das letzte Mal jetzt. Ja, ja. Für dich auch das letzte Mal. 71. Let's see what the 71 is. Faith, the unholy trinity. What the fuck? 15 Euro? Was sucht ihr für eine Scheiße raus, Leute? Holy fuck. Ah, ich will nach Hause. Ich kann das alles nicht mehr. Ich wollte doch nur YouTuber werden. Das ist alles, was ich wollte. Ich wollte einfach nur ein paar YouTube-Videos machen. Jetzt muss ich mit meiner Tastatur hier spielen. Ich kann die Musik nicht ausmachen. Jetzt ist die Frage. Wo genau führt es uns jetzt hier hin? Digga, ich hab so Kopfschmerzen. Ich hab ein Kreuz. Auf Leertaste. Guck mal. Ich will da. Nein! Digga, what the fuck? All die Jahre hab ich YouTube gemacht, ohne überhaupt zu wissen, was es alles da draußen noch so gibt. Ich war verwöhnt. Ja, genau. Preach. Slay Queen. 15 Euro. Hä? Digga, was ist er? Ich kann das nicht mehr tun, was ich nicht mehr tun kann. Oh! Wasch, man, den Puttobobben! Hahaha! Easy! Easy kill! Ein Hauf! Da ist ein Hauf! Oh! Oh! Ich hab's so gut gemacht! Wasch, man, den Puttobobben! Ja! Hahaha! Ist das eklig! Hahaha! Ja! What the fuck? Wer liest sich die Scheiße durch? Meine Zunge-Puppe! Meine Zunge-Puppe! Meine Zunge-Puppe mittlerweile! Digga, also... Das reicht jetzt auch mal irgendwann, Alter! Irgendwann ist auch okay! Also ich sag ehrlich, für 15 Euro ist es das mir nicht wert. Hat einen Arzi-Style. Aber ich hab wie ein Champion das Viech mit der Zunge abgewehrt. Mach doch nach, Lull! Leider nicht meins. Aus Fairness würde ich dem Spiel, weil's trotzdem sehr arzi ist, ne? Schöne Empfehlung geben, warum nicht? Jut, Freunde! Das war eine weitere Folge Horror-Bingo mit eurem Horrormann Horror-Sterzig, Freunde! Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like da! Ich bin für heute raus! Ich sag euch, wie es ist! Wenn in dieser Liste noch mehr so scheiße ist, dann raste ich hier komplett aus! Danke auch an Kevin für die Horror-Ferie heute, an dem heutigen Tag! Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde! Hau da rein! Und tschüss! Uuuuhhhhhh, der Pfundschwetterling fliegt weg! Huuuuhhh, der Pfundschwetterling fliegt weg!